Hallo und herzlich willkommen hier bei meinem Kanal Blueframe Video hier auf YouTube. Heute mal ein kleiner Bericht vom Valver Optimum. Das ist eine Pferdchenveranstaltung. Deutsche Meisterschaft im Springreiten wird hier ausgetragen. Es sind Dressurreiter zu sehen. Einen kleinen Überblick, eine kleine Impression. Videomäßig hier von Valver Optimum und auch ein paar Fotos schmeiße ich da rein, die wir gemacht haben von den Pferdchen. Viel Spaß dabei. Vielleicht habt es einfach drauf. Kanal abonnieren, Daumen hoch. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.